Liebe Freunde, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Sieき... Was denn? Warum?! Was?! Warum machst du diese seriesne, Alter?! Weil, dass ist der Alarm dafür, dass die Schilfurzen jetzt kommen. Und dass jetzt den Server eigentlich schon zusammen bringen kann. Okay. Näm Ern, irgendwas klebt hier auf meinem Tisch. Okay, lass mal nicht in den Stripclub gehen, bitte ey. repsauch oder was? Wollt ihr ächt in den Stripclub gehen, Leute?! Moment! Clubraum, komm! Was? Habt ihr grad die Stimme gehört? Oh mein Gott, der Patrick ist da! Ein tot, geglaubter Kerl. Ey, wo gehen wir hin, Mann? Einmal ist dabei, ich bin tot. Ja, klar. Südklub sollen wir noch nehmen, oder? Habt ihr den gelästert über mich? Ja, ja, klar. Machen wir doch sogar, wenn du da bist. Ja, eben. Das ist ne Frage. Ach so, ey. Dieser Patrick, der hat keine Lust mehr auf uns. Weißt du, kaum spielt Patrick wieder mit, direkt Geisel. Du bist so seltsam. Das ist mal richtig geil. Patrick, bitte nicht die Geisel tut. Okay, Leute, jetzt geht's los, Alter. Oh, hey, Bernd. Was ihr heute wieder beide macht. Hier brauchen wir eigentlich gar nichts hinmachen. Bernd, komm zu mir. Bernd. Guck dir auch mal ein paar schöne Dings raus hier, ey. Aber ja, Bernd. Loslassen, bitte. Alter, was geht mit ihm? Ja, ist wahnsinnig. Der Curry ist der Einzige, der den Chimpots den Clantech hat jetzt, seit neuestem. Der Curry ist auch selber eingeführt. Nee, ich hab einfach mal gefragt, ob da jemand drauf Lust hätte. Und ihr seht, das ist sehr erfolgreich. Wir können jetzt geloben, Alter. Hier noch zumachen, bitte. Wo, 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 wo? Also ich save die Seite, ne? Haben wir oben, haben wir ne Klappe über uns? Das wolle sie nicht. So, ist eine neue Aufnahmesession, lieber Rainbow. Ich freu mich, ob ich... Okay, ich glaube, hier ist schon Action, Leute. Kann man einer rum, um die Klappe zu machen? Ben? Kann ich da rausgehen irgendwo nochmal? Aber es geht schon los, ne? Ja, ja. Einer hat seine Reste nicht. Ja, Ben. Oh, oh. Können wir hier zumachen? Hallöchen! Oh, der kommt, der kommt. Patrick, ey. Fuck, fuck, fuck. Komm rein, komm rein. Der kann nicht mehr viel haben. Der kann nicht mehr viel haben. Okay, die sind... Geh zurück, Patrick. Tobi, hier ist eingeschlagen worden, ne? Pass auf. Ne, das war, glaub ich, der Ben. So. So, nur Smoke, das war Smoke. Findest du die Musik hier, Tobi? Der müsste sterben. Die ist schon... Macht mich schon ein bisschen geil, gerade, ne? Ja, guck mal. Das ist der Clan-Tech, Alter. Hinter uns wird ne Wand eingebrannt. Hier, hierher. Dann ist der Clan-Tech, sagt er. Ja, klar. Ah, Curry, du bist ein Manger. Ah, der kommt bei mir. Wo ich gestorben bin, da kommt einer. Hast du, hast du Patrick, ne? Hast du, hast du, ne? Nein, hab ich nicht. Ich hab, ich hab die Seite da hinten. Hab die Seite. Ja, ja, alles gut. Geh mal weiter nach links. Okay, der brennt sich durch. Der springt, der springt. Nein, Dennis. D3 gegen 2. Ich hab keinen Clan-Tech, siehste. Oh, der ist durch. Links, links, links. Der ist links. Nein, Dennis. Ist er tot? Ja, ne? Ja, ja. Ist down. Nur noch Termite. Jawoll. Nein, 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 nein. Und ich hab keinen Clan-Tech, bitches. Wär aber schön, wenn du einen hättest, ey. Das stimmt für mich. Echt. Schön, ey. Aber wie kann man sich jetzt selber machen, oder wie? Hä? Oh mein Gott. Ich hab das eben nur so am Rande mitgebracht. Patrick, du musst dich einfach bei Uplay unbenennen, Alter. Newborn. Newborn. Achso. Achso, deswegen SF. Ich hab ihm nicht zugehört. San Francisco. Ja, das. San Francisco. Ja, aber die Leute können ja mal Clan-Techs vorschlagen, wenn sie wollen, ey. Na klar. Da hab ich auf jeden Fall Bock. Tobi. Der ist mit Schild fort. Ja, aber ganz ehrlich, warum wollt ihr das denn nicht? Weil ich möchte nicht in Zusammenhang mit Bronzo stehen. Ja, mit euch. Weil der Bronzo und ich, wir sind eigentlich unabhängige Agenten. Achso. Wir spielen nach 200 Folgen Rainbow-Weiser und sind kein Team, Alter. Das ist echt traurig, ne? Wir sind Freigeister, würde ich bei uns jetzt sagen, ne? Ja, eben. Alles klar. Haben Vorschlag gepostet. Ich hab auch Bindungsängste. Ja? Okay, unten im Keller ist nix, Leute. Ganz nix. Sollten wir bei Planation TV Feedback, sollten wir mal unbedingt, Ben, eine Therapiestunde einführen. Wir könnten ja dann mal deine Gedanken-Eggüße sammeln. Können wir mal ein ganz neues Format rausbauen, ey. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Alles klar. Wo sind die denn? Hä? Ich fahr zum Andernoth. Hä? Hä? Da müssen die oben sein, oder nicht? Wieso, die Handelbank ist frei? Wie mehr die frei war auf der Fahrträger? Ey, was heißt denn, wo denn der ist, ey? Der Fahrträger, die sind ja hier. Danke. Vielleicht mal hier rechts rum. Lass sie mal finden jetzt, Mann. Hier ist auch nix. Wo sind die? Aber, ey, ganz kurz eine Sache. Der Ben, der nimmt ja selber nicht mit auf. Also, der macht ja sehr unregelmäßig Videos jetzt auf seinem Channel. Aber, der Bronzer dreht gerade Gummipuppe 3, ja. Das sagt der schon seit 10 Folgen. Ne, der ist ja schon in Production. Also, der hat sich ja zu den Schauspielern getroffen. Da soll ich mal ein Beispiel an Uwe Boll nehmen, Alter. Ah, warte mal. Der kackt die Füge über der Garage, Patrick, oder? Ich fahr grad nach oben, ich check das gerade. Äh, check. Ja, ja, oben, 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 oben. Okay, alles da, nice. Über der Garage. So nice. Okay, Leute, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt, ne? Oder war da grad ne Granate? Das ist kein wahrer Spandauer, ja. Okay, das ist down. Okay. Okay, ich geh nach oben. Ist der, äh, weil wir haben vorhin FIFA aufgenommen. Ist der Major und der Leno eigentlich noch in der Lobby? Ne, ne. Ne. Achso. They are gone. Sind die einfach gegangen? Ne, ganz oder? Ich hab hier verabschied. Sag mal. Ich häng hier auch mal so eine Sprengladung hin, so der Gerne. Ach, der ist bei mir. Ja, die mögen mich ja sowieso nicht mehr. Ne, du warst nicht da, Dennis. Ich mag gar keiner. Sag bereit. Sag bereit. Warte, warte. Ich geh auch hoch. Einer ist im Clubhouse drin, in der Main Area. Okay, bei der, äh, Bar, ne? Meinst du? Okay. Also von mir aus können wir. Ihr könnt übrigens unten rechts sehen, wo ihr immer seid, ne? Nein. Dann könnt ihr direkt Bescheid sagen, Leute. Auch wenn ihr mit der Kamera rumfahrt. Hast du EMP? Ja. Habt ihr das gehört? Da? Ja, ja. Wurde entdeckt. ICH WONCH FOR YOU! Mach doch da in das Loch. Hm? Werf doch dein EMP da in das Loch. Kannst du nicht? Kannst du, kannst doch sprengen? Folgendes. Wurde mal in die Kamera rein. Ich wurde entdeckt, Leute. Ah, jetzt noch. Ja, ja, ja. Ah, tot. Eat the shit. Können wir noch mal ganz kurz markieren, wo die sind? Weil wir müssen die Kameras echt kaputt machen, man. Das ist wichtig. Okay, 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 okay. Ich werde die ganze Zeit irgendwo entdeckt, man. Irgendwo ist... Ist was. Wir müssen die Kamera down machen, sonst geht das nicht. Sonst können wir das vergessen. Ich bin ganz erpicht, die Geisel ist in Sicht. What? Wenn du Eier hast, gehst du jetzt rein, holst du die Geisel und gehst wieder raus, Patrick. Ich eier? Bein draußen entdeckt. Bein draußen entdeckt. Vorsicht. Ah, ich bin in die Falle gerannt. Hol die Geisel! Hol mich, hol mich, Patrick! Hol die Geisel! Ruhig, bleib ruhig, Alter. Nice, Patrick, Alter! Nice! Scheiße! Entschuldigung, Patrick. Alles fürs Team! Ja, ist echt toll. Scheiße. Tobi, ich hab da mal deine Knochen. Oh, ich bin tot. Okay, Tobi, bist du noch im Leben, ja, ne? Ja, 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 ja. Hat der ein Glück, ey. Hat der ein Glück, ey. Hat der ein Glück, ey. Die sind rechts, äh, da, ne? Ja, ja, genau. Hast du nen Nate, oder so? Nee. Aber nicht geil, dann hast du doch eng gesmoked. Nein, das war ich. Das war eine gute Idee. Hinterm Schild ist einer, oder was? Nee, der ist tot, der ist tot. Zumindest war der gerade einer, der dauernd ist. Geil Curry. Nice Curry, nice Curry. Wollt ihr mir auch, als er sich den geilen Namen schreiten. Ja, ich hab's ja versucht, aber da war halt einer und ich wollte die schnappen. Geh, warte, Tobi, wo ist der? Leute, ihr braucht jetzt nicht erklären. Lasst mal die Runde eben spielen, bitte. Ja, chill doch. Ja, erklär doch mal. Da ist er, da ist er. Nice. Na, sauber. Na, sauber. Also, ganz ehrlich, ich finde, ist okay, wenn wir zwischendurch diskutieren, ne? Aber bitte nicht während der Runden, Alter. Ja, kannst du... Ey, was ist mit deinem Bein los? Ja, ist verdreht, weißt du. Ist verdreht. Ist verdreht. Bein ist verdreht. Ist verdreht, weil hast du nur gemacht? Ich hab den besten Stat von allen. Ey, wo wollen wir hin, Leute? Wollen wir unten? Wollen wir unten in den Keller? Clubraum. Nein, Fritzel. Wollt ihr Clubraum? Ja, was ist denn im Keller? Das ist unten. Ganz unten. Club? Action. Ja, machen wir Clubraum. Inso. Saarland. Okay, ich werde den Tunnel absafen. Ach, ja. Was? Neu, der Mensch immer. 2-0. So muss das doch sein, wenn man hier die Runde anfängt, weißt du? Genau so und nicht anders. Du meinst die Ausnahme-Session? Ja, ist, sag ich doch. Ja, ist echt geil, ne? Westen, erstmal Westen hochkommen hier, Leute, Westen. Okay, echt vorsichtig sein. Ich werde die hier, obwohl die haben, ja, ich werde die beim Tunnel abfangen. Da werden die wahrscheinlich durchgehen. Hm, ja, klar. Ja, fang mal die Drohnen da hinten ab, Dennis. Wenn man da jetzt, da ist nochmal schönes. Guck mal, wenn der sich hingeht, hat mal so eine Kamera dahinter, ne? Oh, guck mal da. Die Masse, da war Tobi, die Masse. Das hab ich dir. Warte, gefällt dir ja chillt. Ey, Fett, sag dir mal aus dem Weg mal. Was auch geil ist, wenn ihr zum Beispiel Stacheldraht habt und ihr das irgendwo hinlegt oder so. Dann merkt ihr da, ja, ob die das kaputt machen. Dann wisst ihr auch, dass da von jemand kommt. Ey, Curry, man, du machst das Spiel einfach besser. Hat jemand Stacheldraht? Ich hab keinen Stacheldraht. Patrick, warum hast du die Tür zu, Alter? Hast du? Ja. Ich bin doch hier. Mach mal bitte wieder zu. Haben wir ne Luke hier? Oh, fuck. Okay, die können ja alles... Bronzi, ich würd nicht in dem Raum hier drin bleiben, Alter. Der ganze Boden über uns kann weggespringen werden. Ey, ich will heute in der Aufnahme-Session auf jeden Fall mal Gold 1 werden. Ja, komm, lass uns mal wegnehmen, äh... Ja, das ist, glaub ich, sogar besser, wenn sie nicht zu ist. Ich hab mal ne Tür im Raum vor. Okay, Bronzi. Ohoho! Jo, Alter. Hier geht's direkt los. Ey, was ist hier? Garage, meinst du? Ja, ja, ja. Du kannst unten sehen, wo du gerade stehst, dann wissen wir direkt Bescheid. Unten, Alter, du Wichser. Unten rechts. Boah, die Drecksau. Alter! Hab mich totgeburnt, ey. Okay, Bronzi hast du die Klappe? Ja, ich versuch's, ja. Neh, mach Kamerasse. Ah, shit, Mann. Weil die Löcher hätten mir eher gebraucht. Kapital ist fast down. Ah! Ich hab, ich hab einen verletzten. Warte, kannst du mich holen? Der liegt am Ende des Gangs. Was? Positiv, Patrick, ey. Ne, kommt! Okay. Endes Gangs, Endes Gangs, Endes Gangs. Endes Gangs, Endes Gangs, Endes Gangs. Das ist keine Chance. Kommt von rechts auch, Leute, ne? Siehraum. Da unten ist einer. Markiert. Oh, baby, Allah. Fuck, markiert von allen Seiten. Lass mal machen. Dennis macht nice. Machen die Kameras. Nice. Rechts. Ah. Ja, ja, ja. Ich musste nachladen. Schade. Fuck it, ladies and gentlemen. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Was hast du immer, Tobi? Fuck. 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 A little truck. A little truck. A little truck. Ein Spiel empfehlen, und zwar Watch Dogs 2. Fuck you, you cunt. Ohne Witz. Ohne Witz. Okay. Okay. Gibst du da auch 20.000 Euro pro Folge? Maybe, maybe not. Spielst du das auf der PS4 eigentlich, oder was? Ja, auf der PS4 Pro, Bitch. Oh. Bitch. Pro, Playstation Pro und Xbox Scorpio. Die größte Geld-App-Socker ever. Ja, ist... Kennt ihr die Playstation Pay? Nee. Oh. Ich denk zwar cool, die Dennis da gepostet hat. Ja, das Haus, ne? Boah, weißt du was krasses, Patrick? Wenn du das ganze abkürzt, ist das die PSP. Okay. Ja, und die steht ja für Erfolg, ne? Okay. Script Club, Script Club. Ja, wobei, ich fand die PSP eigentlich gar nicht so schlecht. Ich fand auch die Playstation wieder nicht schlecht. Nee, die fand ich auch voll geil. Hat aber leider irgendwie... Keine Ahnung. Hat sie nicht gewusst jetzt. Weil so viele Smartphones und alles die Leute... Ja, aber die Spiele auch einfach nicht so geil waren halt. Außer Crysis Core war natürlich geil, ne? Uncharted ist aber auch geil. Was denn, Patrick? Keiner Freude, oder? Ja. Ne? Ja, egal. Wann kommt denn Tobi mal zu Talking Games? Ey. Gar nicht, ey. Warum? Ey, so viele Witze, wie ihr über mich schon gemacht habt. Da komm ich nicht hin. Vergessen's. Ey, wir haben die extra extra gemacht. Wir haben extra für dich ein Dach gebaut, das wir ausheben können, damit wir dich mit dem Kran reinhiefen können. Hehehe. 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 Okay, Leute. Hey, weißt du das? Nee. Spornkeller aufpassen. Also ganz ehrlich, um mich kommen zu lassen, müsstet ihr euer ganzes Monatsbudget aufbrauchen. Wow! Nicht wie Keras, oder was? Das ist kein Witz. Egal. Warst du in Behind? Warte, Dennis. Warte, 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 warte. Sorry, Cory. Es war schon in der Animation. Es tut mir leid. Geht, geht, geht. Alles gut. Ich hab Proceeded, aber dann ist es passiert. Twack. Okay, jetzt keiner... Können wir da reinhauen? Ja, mach mal auf da. Du kannst ja eh schon durchsteigen. Alter! Warte. Warte, 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 aber Dennis noch nicht. Geil. Schwarz, Dennis, Alter! Ja, sag doch was! Die Twack! Die Twack! Die ist hinterm, hinterm Tisch. Ich brauch Hilfe, Leute. Ich brauch Hilfe. Hab ihn. Es war so'n Grenade. Tut mir leid, das war mein Fehler. Tut mir leid. Kommt man denn da rein? So'n Divell noch einmal. Nee, kommt von woanders, Leute. Pass auf, Dennis. Ey, warte, ich geb mich mal Kamera, Dennis. Kann ich aufmachen, Dubi. Safe mal kurz ab. Ja, ja. Schön aufpassen, ich weiß nicht. Hier ist direkt ein Schild, der ist direkt dahinter. Direkt hinterm Schild? Ja, ja, ja. Jetzt ist es aber zurückgegangen. Wo ist eine Granate, Dennis? Ich hab keine MP mehr, leider. Boah, Alter, Alter, Alter. Hast du noch eine Granate, ne? Nee, 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 nee. Warte mal, ich hab eine Dekorie. Okay. Ah! Ah, warte mal, warte mal, da oben die scheiß Kamera. Die wissen sofort, welchen Schritt wir machen. Junge, geh doch. Da auch immer. Das geht nicht, ne? Ist doch was, Patrick? Ja, ganz viel. Das ist schön. Wie sieht's aus? Tschüss, Omega. Ich bleib mal hier, ich versuch's einfach mal hier. Ich lass dich nicht allein. 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 Ich hab nur Rauchgranaten reingeworfen, das fand er nicht so geil. Ja, einfach. Patrick, wir bräuchten dich eigentlich gerade hier, Alter. Dann könntest du sofort die Wand weg sprengen. Ja, gut. Okay, Patrick, komm. Nice, nice, nice. Wo läufst du hin, Patrick? Ach, Tobi, Alter. Ich hab noch einen Sprengsatz hier. Ich hab noch einen Sprengsatz hier. Du musst das mal vorgehen. Okay, ich safe euch ab, Patrick platziert. Aber noch nicht sprengen, Patrick. Du musst das Bescheid sagen, ne? Ich sag euch, wo einer ist und zwar, ähm, kann er nicht. Muss ich den anderen jetzt unbedingt abmachen? Den Sprengsatz? Er spreng doch einfach. Du kannst dich zwei gleichzeitig zünden. Ich kann ihn nicht sprengen. Ich hab einen Störsender da hinten. Soll ich ihn kaputt machen? Ja, mach den kaputt, mach den kaputt. Perfekt, perfekt. Toll, wer gibt mir jetzt meine Minus 10 Punkte wieder? Scheiß drauf, man kommt. Okay, gesetzt. Gesetzt. Tobi, pass mal auf, der ist gerade. Warte, 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 warte. Seid geradeaus an... Okay, Bronte saved ab. Okay, mach. Ach, fick dich doch, du Fickskrumpel, Alter. Bronte, du zählst die Tür jetzt rechts, ne? Ja, ja. Einer ist rausgerannt. Geradeaus durch. Ja, Bronte hat hier einmal in den Ass geschossen. Okay, vorsichtig. Vorsichtig, Patrick. Boah, Tachanka, links. Da, da. Links, 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 ganz links, Bronte. Links, links. Warnst du das andere links? Boah. Alter, ich hab den doch dreimal getroffen, oder so, den Scheiß-Doc, ne? Alter, der muss sich geheilt haben, ey. Ja. Guck mal, ich... Guck mal, der Putz. Leute, komm. Ich hab den noch voll erwischt, oder? Geil. Oh, Mann. Na gut, konntest du halt nichts machen, Curry. Wir sind jetzt alle nach der Reihe down gegangen. Nimm mal, Marcel. Ich muss echt auf die Köpfe. Wer einer Westen nehmen möchte... Wollen wir Bargeldraum nehmen? Nee, kann ich nicht. Mach du, Patrick. Lass mal Clubraum machen. Ich mag den eigentlich. Ja, schön, ey. Lass mal Patrick nehmen Castle, okay. Wollen wir Clubraum nehmen, Curry, oder Bargeldraum? Hey, Clubraum haben wir nicht gut verteidigt gerade. Ja, lass mal Bari nehmen, oder? Ja, einer vielleicht noch Westen machen. Ja, mach mal das. Ich kann auch Westen nehmen. Ja, mach, mach. Ja, ist vorbei. Schaff ich noch nicht mehr. Schaff ich noch nicht. Wer braucht schon Westen, Mann? Okay, Leute, komm. Das ist hier oben, Mann. Wir müssen das packen jetzt. So, safe hier hinten. Zack. Mir reicht! Das ist Playbase-F-Monatsgehalt! Dennis, denk dran, wenn die Runde anfängt, dann könntest du auch quasi eine Kamera rauswerfen, weißt du? Ja, mach ich. Ich hab zwar keine Kameras, aber ja, kann man machen. Ey, wer ist denn mal Kyrie? Tobi. Echt? Ja, dann Tobi halt. Muss halt warten, bis die Runde anfängt. Hast du das gemerkt? Wo denn? Das war aber nicht bei der Garage, oder? Was denn? Das war doch bei der Garage, wo man die Kamera rauswerfen kann. Du kannst das ja überall machen. Du kannst das auch aus dem Fenster immer rauswerfen. Mach mal hier gleich eine hin, da. Weißt du? Alter. Mach mal hier gleich eine hin, wenn die Runde anfängt, dann machen wir zu, da. Ähm, Leute, ganz kurz, das ist Holzboden. Ihr müsst aufpassen, die können dann von unten nach oben schießen, ne? Wie's da war? Aber oben ist eine Klappe hier, die ist am gefährlichsten. Die Kamera hängt. Die macht doch noch zu. Du kannst vielleicht sogar noch eine weg, wenn ich eher auf die andere Seite aufhauen. Ach so, ja, warte mal. Ne, mach ruhig zu, Tobi. Ne, ich mein... Warte, 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 warte. Egal. Komm, ich mach zu. Ich hab noch eins. Ich hab noch eins. Ich hab noch eins. Ich hab noch eins. Okay, mach zu, go, go, go. Okay, na, up safe. Mann, ich guck mal Kameras gerade. Hm. Das ist geil gehörig. Besser hättest du sie nicht platzieren können. Ich hab keine Ahnung, Bärn, die ist auch hier aufschmeißen. Die erste war aber gut. Die erste ist gut. Okay. Ja, die zweite hab ich auch noch für Rendeburg, irgendwie, keine Ahnung. Oh. Bronzel. Hier ist Ash. Ash sitzt oben aufm'n Dach. Oh. Da drüben steht der Bär, Tobi, ne? Heiße. Leute, die sind hier drin, Mann. Und wo bist du, Mann? Ja, ich bin da, aber... ÄH! Sollte ich ja grad sagen, geradeaus. Ja, die kommen halt alle von der Seite, ne? Verarschen, Alter. Wüsst du mich verarschen? Ganz nix machen, das war ein perfektes Manöver, Alter. Nee, das ist einfach, weil wir unkonzentriert sind. Wir haben keine Positionen. Hoi, 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 hoi. Guck mal, ich kann die markieren, ne. Da ist einer. Da ist noch einer. Los sind's. Ja, HÄH! Hä? Woho? Der lag da unten. Äh, von allen Seiten. Das war die Leiche, äh, das war die, äh... Ah, der war in der Falle, okay. Easy, weißt du? Boah, da ist einer, den kill ich jetzt! Geil! Ja, wir haben uns 300 in Folge verloren. Warte mal. 2-3, ja, easy piece. Ist ja fast wie der 1. FC Köln, ne? Okay, dann mach ich mal Termite. Ist eigentlich auch wichtig, dass wir Smokes haben, weil die sind echt wichtig, ey. Ne, mal ernsthaft. Ich hab ja gerade welche gehabt, aber... Ich wollte ja grad werfen, dann wurde ich halt gekillt, ne? Ne, aber ich meine als Angreifer. Also als Verteidiger sind die nicht so wichtig, außer wenn du irgendwie mal deine Posi wechseln willst. Schöne Weedpalme im Keller, ey. Ja, ja, genau. Schöne Weedpalme im Keller, ey. Joa. Was ist los, Boah? Ja, aber mit dem Smokes als Verteidiger... Guck mal, bei denen zum Beispiel, hättest du einfach, dass ich Smokes reinballern können, die Geisel raustragen, weißt du? Ja, natürlich. Ja, ja. Meinte, ich hab für den Patrick. Kann man ja ruhig mal ein bisschen Risky spielen da, ne? Jo, strategisch wär das auf jeden Fall drin. Oder, Bernd? Ich glaub, Schöne, ich glaub sie sind unten, oder? Also in der Garry sind sie nicht unten sein. Ne? Ne, ne. Anders hier oben links gerade. I got it, die sind oben, da wo sie vorhin waren. Äh, da wo wir jetzt gerade waren, ne? Ähm, da oben, wo man, äh, gegenüber von der Garage... Oben. Da oben, wo man die Treppen hochlaufen muss. Genau, mit zwei Beinen. Nein! Was machen wir da oben? So, da, beim Schlafzimmer, das ist aber... Da waren die noch nicht. Die sind am Störsinn da stehen. Okay, Leute, go, komm. Ah, schön, ey. Dann fliegt er drüber hinaus. Ist das hier, oder? Nein, 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 nein. Ist auf der anderen Seite. Ja, ja, Corey. Was ist denn? Jungs, du linken. Jungs, du linken. Jaja, da, okay. Kameras nicht vergessen, ihr vergesst die immer. Ich hab die Kamera, die eine. Okay. Okay! Den Punkt, den kann ich immer gut gebrauchen. Okay, ich hab Smokes, wenn jemand brauchst, auch Bescheid. Kann man sich schon mal abseilen, ne? Geht jemand hier oben aufs Dach auf, oder? Moin! Sind die jetzt unter Curry oder unter dir? Ne, da, da sind die, hier unter dir, Tobi. Okay, ich werd da sprengen. Auf der Seite Dennis, da kannst du dann da reinschießen. Ja, genau. Ah, die haben, ich brauch, ich brauch gleich EMP, Tobi. Jetzt noch nicht. Noch nicht. Alles gut. Nein! Ich hab die Geisel! Hä? Ach, Leute, Mann. Ich hab da ein Vorbeilaufen gesehen, dieses Loch. Ey, erinnert euch an meine Worte? Der haut jetzt vom Anfang der Folge. Der haut einen Flächenbrand in den Raum, weißt du? Das haben wir eben auch gemacht. Genau so! Ja, aber du weißt doch, dass das da drin ist. Ey, Patrick bringt bald die Napal-Flugzeuge. Der fliegt irgendwie mit Napal-Flugzeuge. Die haben mich eben genau so getötet. Ja, kann man jetzt nichts machen, ne? Ist halt so. Ja, Putin. So, Dennis, wie war das mit Gold 1? Ja. Danke, Patrick. Bitte. Willst du wieder gehen, oder was? Der hat auch noch so eine richtig dreckige Lache gerade, Patrick. Ja, aber die Runde, die haben wir ja nicht nur mit dieser Runde jetzt verloren, ne? Muss man ja auch mal fair sein, ne? Maybe, maybe not. Okay. Maybe, maybe not. Was ist los, ey? Ja. Oh, die Öl an der Droge. Okay, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Rainbow Six. Bis dahin, macht's gut, Leute. Geil. Ciao. Wenn ihr euch beschweren wollt, guck mal KastenPayZ.de. Tschüss. Der Pusht mit aufgenommen. Untertitelung des ZDF, 2020